Kathus ist ein Bote des Vergessens, ein unsterbliches Geisterwesen, dessen quälende Lieder sein schauerliches Erscheinen ankündigen. Die Lebenden fürchten sich davor, auf ewig untot zu sein, doch Kathus sieht in diesem Geschenk nichts als Schönheit und Reinheit, eine vollkommene Einheit von Leben und Tod. Kathus erhebt sich von den Schatteninseln, um als Apostel der Toten, den Sterblichen, die Wonne des Todes zu schenken. Kathus wurde in den zersiedelten Behausungen, die man jenseits der Mauern der noxianischen Hauptstadt errichtet hat, in bittere Armut hineingeboren. Seine Mutter starb bei seiner Geburt, daher zog sein Vater, ihn und seine drei Schwestern alleine groß. Zusammen mit vielen anderen Familien hausten sie in einem beröckelnden, rattenverseuchten Armenhaus und ernährten sich von Regenwasser und Ungeziefer. Kathus war von allen Kindern der erfolgreichste Rattenfänger und sorgte regelmäßig für angenagte Kadaver im Kochtopf. In den Elendsvierteln von Noxus war der Tod allgegenwärtig, und so mancher Morgen begann mit dem Wehklagen trauernder Eltern, die ihr Kind kalt und leblos neben sich fanden. Kathus lernte diese Klagen lieben und sah immer fasziniert zu, wie Kindrids Leichensammler Kerben in ihre Stäbe schlugen und die Leichen aus dem Armenhaus bargen. Nachts schlich er durch die überfüllten Räume und hielt Ausschau noch jenen, deren Leben nur noch an einem seidenen Faden hing, in der Hoffnung, Zeuge davon zu werden, wie ihre Seele in den Tod glitt. Jahrelang blieben seine nächtlichen Streifzüge erfolglos, denn es war unmöglich, exakt vorherzusagen, wann eine Person starb. Er durfte erst Zeuge eines Todes werden, als seine eigene Familie betroffen war. In derart beengten Verhältnissen waren Ausbrüche von Krankheiten keine Seltenheit, und als seine Schwestern von der Pest heimgesucht wurden, kümmerte er sich freiwillig um sie. Sein Vater ertränkte seine Trauer im Suff, Kathus jedoch trat als pflichtbewusster Bruder auf, der seine dahin siechenden Schwestern pflegte. Er sah sie beide sterben, und als das Licht in ihren Augen erlosch, schien ihn eine außergewöhnliche Verbindung zu erreichen. Ein Verlangen danach, zu sehen, was nach dem Tod kommt, und die Geheimnisse der Ewigkeit zu erfahren. Als die Leichensammler die leblosen Körper abholten, folgte er ihnen zum Tempel. Er stellte ihnen eine Frage nach der anderen, über ihren Orden und ihre Arbeit an den Toten. Konnte eine Person in dem Augenblick existieren, in dem das Leben endet, der Tod aber noch nicht begonnen hat? Falls solch ein Schwellenmoment erkannt und festgehalten werden könnte, könnte dann die Lebenserfahrung mit der Klarheit des Todes verbunden werden? Schnell erkannten die Leichensammler, wie gut Kathus in ihren Orden passte, und so nahmen sie ihnen ihre Ränge auf. Zunächst arbeitete er als Totengräber und errichtete Scheiterhaufen. Dann wurde er zum Leichensammler befördert. Täglich lenkte Kathus seinen Leichenkarren durch die Straßen von Noxus, um die Toten einzusammeln. Schon bald waren seine Klagelieder in ganz Noxus bekannt, schwermütige Klagegesänge über die Schönheit des Todes und die Hoffnung, dass das, was einen danach erwartet, etwas Wünschenswertes sein möge. Seine Lieder spendeten so mancher trauernden Familie Trost, da sie ein klein wenig Frieden fanden in seinen tief empfundenen Elegien. Später arbeitete Kathus direkt im Tempel, wo er sich um Sterbenskranke kümmerte und verfolgte ihr Dahinscheiden, welche Art des Sterbens der Tod für sie auch vorgesehen hatte. Kathus sprach mit allen, die zu ihm gebracht wurden. Er gab ihren Seelen das letzte Geleit, stets auf der Suche nach weiteren Erkenntnissen in ihren trüb werdenden Augen. Kathus kam zu dem Schluss, dass er von den Sterblichen nichts Neues mehr erfahren konnte und dass nur die Toten selbst seine Fragen beantworten konnten. Keine der sterbenden Seelen konnte ihm vom Jenseits berichten. Geflüsterte Gerüchte und Gruselmärchen für Kinder beschrieben jedoch einen Ort, an dem der Tod nicht das Ende bedeutet. Die Schatteninseln Kathus plünderte die Kasse des Tempels und bezahlte davon die Überfahrt nach Bilgewasser. Die Stadt wurde von einem unheimlichen schwarzen Nebelheim gesucht, der, so heißt es, Seelen auf eine verfluchte Insel weit draußen im Meer zieht. Kathus fand keinen Kapitän, der bereit war, ihn zu den Schatteninseln zu bringen. Schließlich begegnete er jedoch einem betrunkenen Fischer, der außer seinem Schuldenberg nichts zu verlieren hatte. Viele Tage und Nächte war das Boot auf See, bis ein Sturm es an die felsige Küste einer nirgendwo dokumentierten Insel fegte. Ein schwarzer Nebel entstieg der unheimlichen Landschaft aus knorrigen Bäumen und umgestürzten Ruinen. Der Fischer machte sein Boot los und fuhr entsetzt nach Bilgewasser zurück. Kathus aber sprang ins Meer und wartete an Land. Er stützte sich auf seinen gekerbten Leichensammlerstab und stimmte stolz das Klagelied an, welches ihr für den Moment seines eigenen Todes komponiert hatte. Der schwarze Nebel durchzog Kathus und uralte Zauberkraft fiel über seinen Körper und seinen Geist her. Genau dies war jedoch die Kraft hinter seiner Sehnsucht, die Sterblichkeit zu überwinden und so wurde er durch sie nicht getötet. Sie erschuf ihn stattdessen neu und Kathus wurde in den Gewässern der Insel als körperloser Wiedergänger wiedergeboren. Erkenntnis erfüllte Kathus, als er zu dem wurde, was er seines Erachtens nach schon immer hätte sein sollen. Ein Wesen auf der Schwelle zwischen Leben und Tod. Die Schönheit dieses Augenblicks der Ewigkeit verzückte ihn, als die heulenden Geister der Insel sich hinter ihm erhoben, um seine Verwandlung zu beobachten. Seine Hingabe zog sie an, wie Blutgeruch im Meer Raubtiere anzieht. Endlich hatte Kathus seinen Platz gefunden, umgeben von jenen, die verstanden haben, welch Segen den Untoten tatsächlich zuteil wurde. Von redlichem Eifer erfüllt, wusste er, dass er nach Valoran zurückkehren musste, um seine Gabe mit den Lebenden zu teilen, sie von den sterblichen Nichtigkeiten zu befreien. Kathus drehte sich um, und der schwarze Nebel trug ihn über die Wellen zum Boot des Fischers. Der Mann fiel vor Kathus auf die Knie, und dieser gewährte ihm den Segen des Todes, beendete sein irdisches Leid und ließ ihn als unsterblicher Geist auferstehen, während er sein Klagelied für die scheidenden Seelen sang. Der Fischer war die erste von vielen Seelen, die Kathus befreite, und schon bald führte der Todessänger eine Legion untoter Gespenster an. Für Kathus mit seinen erwachten Sinnen befanden sich die Schatteninseln in einem indifferenten Schwebezustand, in welchem die Segen des Todes verschwendet waren. Auf einem Kreuzzug wollte er die Toten erwecken, um den Lebenden die Schönheit des Vergessens zu offenbaren, um das Elend der Sterblichkeit zu beenden und den Weg in ein herrliches Zeitalter des Untodes zu weisen. Kathus wurde zum Abgesandten der Schatteninseln, zum Boten des Vergessens, dessen Klagelieder Lobgesänge auf die Herrlichkeit des Todes waren. Seine Legionen ungebundener Seelen stimmen in seinen Leichenlied ein, und überall in Valoran kann man in kalten Nächten ihren unheimlichen Gesang über den schwarzen Nebeln hinaus, an Begräbnisstätten und in Leichenhäusern vernehmen.